Das ist gut. Okay, und hier ist der Drücke. Alles klar, tun wir einfach. Einfach hier so vorwärts und rückwärts. Tun Sie einfach hier drauf. Ist das nicht gerade nah genug? Ja, das ist, glaube ich, gut. Soll ich einmal loslegen? Ja, von mir aus, ja. So, dann... Dann kann es schon weitergehen. Ich begrüße jetzt... Ich begrüße jetzt... Ich muss mir mal nachgucken. Den Cenan Javits, der... Ein Vortrag, der macht seine Bachelorarbeit an der RWTH Aachen und hält darüber einen Vortrag über Navigationssysteme für Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge haben, wie er erklären wird, und etwas unterschiedliche Anforderungen im Vergleich zu dem normalen Navigationssystem. Lassen wir uns mal überraschen. Bitte schön. Ja, guten Tag nochmal, wie gesagt. Mein Name ist Javits und ich habe mich halt mit dem Thema befasst, dass ich ein Navigationssystem für Elektromotoren entwickelt. Das Ganze hat damit begonnen, dass ich halt einfach in meinem Rollstuhl gesehen habe, dass ich durch Routen mehr Energie sparen kann. Und so bin ich dann zu dem Thema gekommen. Ja, erstmal kurz zu der Übersicht. Also am Anfang werde ich Ihnen kurz über das Projekt etwas erzählen, wie das zustande gekommen ist und was unsere Hauptziele sind. Dann würde ich gerne über meine persönlichen Erfahrungen mit den Akkus sprechen, welche Tests ich durchgeführt habe und was die Ergebnisse daraus sind. Dann würde ich Ihnen an einem Beispiel, an einem Navigationsbeispiel quasi genau zeigen, wo der Unterschied zwischen meinem Navigationsalgorithmus ist im Vergleich zu den normalen Navigationsalgorithmen. Und dann werde ich Ihnen halt die Erweiterungen an Endnav zeigen, beziehungsweise das ist ja dann dadurch Enav geworden. Und dann werde ich Ihnen nochmal den Algorithmus erklären, wie der dann auch den Open-Root-Server implementiert wird. Und am Ende gibt es dann noch so einen Ausblick, was auch aus den ganzen Sachen werden kann. Ja, also wie eben gesagt zu dem Projekt. Also ich habe vor zwei Jahren ungefähr einfach mal probiert, für meinen Elektro-Rollstuhl eine bessere Akku-Anzeige zu bekommen, weil ich hatte das Problem, dass, wie bei allen Akku-Anzeigen, ist auch die von meinem Elektro-Rollstuhl, dass das immer Spannungabhängig ist. Das heißt, mein Problem war, dass ich quasi am Anfang zu lange vollen Akku angezeigt habe, später ging es dann ziemlich schnell bergab, also quasi bergab mit der Anzeige. Und das wollte ich ändern. Und durch dieses ganze Projekt und diese Versuche bin ich dann auf die Idee gekommen, dass, wenn wir die Vorteile der Topologie beziehungsweise die Nachteile betrachten, dass wir viel Energie halt einsparen können. Und deshalb wollten wir halt versuchen, durch die Betrachtung der Topologie Energie einzusparen und vielleicht auch dem End-User oder Benutzer das anbieten, dass er quasi eine bessere Vorkalkulation und bessere Planung zur Verfügung hat. Ja gut, also für dieses Projekt haben wir ja als Testfahrzeug meinen Elektro-Rollstuhl benutzt. Das hat halt also die Eigenschaften, die für uns dann in einer Rolle stehen, ist die Batteriekapazität. Es hat dann zwei Batterien, jeweils 42 Amperestunden, hat eine maximale Reichweite laut dem Hersteller 30 bis 40 Kilometer und kann die maximale Steigung von 12 Grad bewältigen. Wir haben dann unterschiedliche Tests durchgeführt, wie zum Beispiel den Akku unter Normalbedingungen komplett leerlaufen zu lassen und sind dann wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass die Normalbedingungen den Sachen aus dem Handbuch quasi entsprechen. Normalbedingungen bedeutet, wir haben uns einen Sportplatz ausgesucht, wo wir wirklich von vollem Akku, den Komplett konstant leer gefahren haben, so dass wir auf einer ebenehrlichen Strecke hatten und dann in die quasi konstante Kurve. Natürlich hat in der Kurve ein bisschen mehr verbraucht, als wenn man ständig gerade fährt, aber das war trotzdem so von uns das am optimalsten machbar. Okay, aus diesen ganzen Versuchen haben wir dann eine Verbraucherfunktion bekommen, wie die Steigung der Straße im Faktor zu dem Akkuverbrauch geht. Und dann sind wir zum Beispiel auf die Funktion gekommen, dass die Reichweite mal Normalverbrauch, Normalverbrauch wird so definiert, dass man einfach sagt, die Batteriekapazität wird dann durch die Reichweitenkilometer genommen, in unserem Fall dann wäre das ja der untere Wert, weil man geht halt einfach von dem untersten Wert, weil das ist einfach sicherer. Falls es eine Fehlkalkulation gibt, dann hat der Liebach hat der Benutzer einen Puffer nach oben, als dass er irgendwo auf der Straße stehen bleibt. Auf jeden Fall kamen wir dann zu einer geschätzten Funktion, die sich folgendermaßen zusammensetzt, das ist Reichweite mal Normalverbrauch mal 1,5 hoch die Steigung. Und wir haben dann genauso erfahren, dass wenn wir bergab fahren, dass der Verbrauch ziemlich dick genug geht, weil der nur den Bremsweg quasi verwendet. Also haben wir dann einfach Reichweite mal Normalverbrauch mal 0,05, Faktor von 0,05 genau. Ja, jetzt kommt halt das Beispiel. Stellen Sie sich am besten vor, wir hätten quasi anstatt von den ganzen Knoten, wären einfach irgendwelche Kreuzungen und die Kanten wären Straßen. Sie sehen jetzt immer als erste Zahl ist halt die Länge, die zweite Zahl ist die Steigung in Grad und die dritte dann auch mal in Prozent, weil in OpenStreetNet wird das quasi in Prozent eingegeben, aber es kann zum Beispiel auch vorkommen, dass der Benutzer in seinem Handbuch einen Grad findet und deshalb wollte ich einfach mal zeigen, dass es beide Eingaben gibt und halt den Unterschied kurz zeigen. Jetzt sehen wir hier den blauen Weg. Das ist, wie Sie sehen, hier ACG. Der Weg ist nur 3,7 Kilometer lang. Das bedeutet, laut dem normalen Routenalgorithmus, den alle machen, würde das der kürzeste Weg sein. Aber wenn Sie jetzt den Verbrauch betrachten, stellen Sie fest, dass der kürzeste Weg 118,43 Amperestunden verbraucht. Jetzt sehen wir zum Beispiel den Weg, der geht über ADE nach D. Da haben wir eine Länge von 5,4 Kilometern ungefähr, aber nur einen Verbrauch von 51 Amperestunden. Hier kann man deutlich den Unterschied sehen, wie viel man quasi rausholen kann, also wie viel man mehr Energie sparen kann, wenn man einfach die nächste Route, also die effizienteste Route benimmt. Hier kann man das jetzt noch ein bisschen besser klar machen. Also die kürzeste Route ist zum Beispiel die Route B. Da sehen Sie, es geht bergab, wo wir dann sagen können, wie wir gesagt haben, dass es extrem wenig Energie verbraucht, aber dieser letzte Stück, der bergauf geht, verbraucht dann so viel Energie, dass sich das quasi gar nicht lohnt. Und somit ist laut unserer Rechnung quasi der Weg C der effizienteste und am wenigsten Energieverbrauchende. Jetzt ist das ganz interessant, wenn wir jetzt den Rückweg betrachten. Also betrachten wir quasi, dass wir jetzt von G nach A wollen, dann sehen wir folgendes Beispiel, dass wenn wir wieder den kürzesten nehmen, das leistet mir fest gerade auf, dass ich einen Copy-Pace-Fehler habe, normalerweise müsste der kürzeste Weg G C nach A heißen. Der ist dann wieder bei 3,7 Kilometer und das ist wieder der kürzeste, der verbraucht aber 22 Amperestunden und jetzt kann man sich dann den effizientesten Weg angucken, der ist zwar 8,6 Kilometer fast, aber der verbraucht nur 2,15 Amperestunden, weil es halt quasi, wie Sie sehen, die ganze Zeit bergab geht um ein Grad und deshalb braucht er nur den Bremsweg. Hier können Sie das nochmal in einem Höhenprofil sehen, das kann man sich vorstellen, wenn man ein Fahrrad fährt, würde man auch einfach A nehmen und einfach die ganze Zeit reinlassen. Okay, jetzt wollte ich kurz, das eine ENAV-Routenanfrage erläutern, es geht folgendermaßen, also ENAV wird erweitert auf ENAV, das bedeutet, der Benutzer gibt in sein NWD-Handy die Daten ein, zu den Daten gehört auch zum Beispiel diese vorhin gezeigten Sachen, also diese vorhin gezeigten Werte, in Client, maximale Steigung und Akkukapazität, dann wird der Client das an den Routen, also an Open Route Service senden, Open Route Service wertet die Daten aus, in denen es halt Kontakt aufnimmt mit Open Street Map, da holt sich das die Gartenmaterial raus, da wird das Ganze dann berechnet, wozu wir dann später nochmal kommen, und gibt dann dem Benutzer wieder die Route zurück und halt, wie viel er verbraucht. So sieht später das Frontend aus, das heißt, wir haben da Fahrrad, Auto und Fußgänger, das gab es schon vorher auch und dann wurde das erweitert halt durch das Elektrofahrzeug, wenn man da drauf klickt, hat man dann die Möglichkeit, diese drei Felder da unten zu ergänzen, dann kann man sich aussuchen, je nach dem Handbuch, ob da Prozent oder Grad eingegeben sind, das klickt man dann ein, das macht man nur einmalig und später muss man sich dann nur wie ganz normales Routing, die Start Adresse und Ziel Adresse ausgeben. Ja gut, jetzt komme ich mal kurz zu den Open Routes, also zu den Routing Algorithmus, da müssen Sie sich das so vorstellen, dieser blaue, also ich habe, da ich keinen Pointer benutzen kann, habe ich ihn in Farben unterteilt, oben der blaue, das sind Angaben, wir sehen auch von, wir sehen, dass wir von OpenStreetMap das ganze Kartematerial kriegen, mit der entsprechenden dazu Steigung und halt die Standardkarte und von Endnav kriegen wir dann die ganzen, also den Start, Ziel und diese gerade gesehenen Energieangaben, das geht dann zum Algorithmus, dann wird halt erstmal aus dem Kartematerial rausgefiltert, da gucken wir, es gibt leider in Deutschland noch nicht genügend Kartenmaterial, dass man quasi sagen kann, dass es überall funkt, perfekt funktioniert, weil zur Zeit sind zum Beispiel hier in Heidelberg und in Bonn ist halt durch die Astrid, Frau Astrid Müller und den Pascal, nein, es gibt da ziemlich gute Kartematerial, womit wir auch super arbeiten können, aber leider noch nicht deutschlandweit und deshalb haben wir halt so eine Kontrolle gemacht, das heißt, wir gucken als erstes in den schwarzen Block, gucken wir dann, ob Höhenangaben vorhanden sind, falls keine Höhenangaben vorhanden sind, markieren wir die Straße und setzen da die Höhenangaben null. Okay, dann, wenn wir mit dem schwarzen Teil fertig sind, kommen wir zu dem gelben Teil. Der gelbe Teil bekommt quasi eine Karte mit allen Höhenangaben angegeben und der wendet quasi unsere Verbraucherfunktion ein. Die Verbraucherfunktion macht dann folgendes, die guckt halt bei der, wenn die Steigung kleiner, kleiner minus 0,5% ist, dann wird wieder dieser Faktor von 0,05% genutzt. Wir haben uns extra auf minus 0,5% geeinigt, weil wir uns gedacht haben, bei einer Steigung von minus 0,5% und 0% Grad, das ist so wenig, dass quasi da einfach zu viele Reibungen noch ist, dass man das nennen kann, das heißt eine Strecke, die eine Steigung von minus 0,5% bis 0% hat. Betrachten wir quasi als Lagerestestrecke und da nehmen wir einfach den Normalverbrauch mal die Reichweite und halt bei einer Steigung über ein Grad nehmen wir dann die oben erklärte Funktion, indem wir Normalverbrauch mal Reichweite also Normalverbrauch mal Länge mal 1,5% hoch die Prozent, also die prozentuale Steigung. Nachdem wir dieses gemacht haben, haben wir dann ein Straßennetz, in dem wir unsere Verbrauchswerte an Kanten haben. Das bedeutet, wir können jetzt einfach mit einem Suchalgorithmus nach dem kürzesten Weg suchen, bezüglich der Kantenlänge und die Kantenlänge ist für uns jetzt der Verbrauch. Was heißt jetzt dem Benutzer noch eine optionale Auswahlmöglichkeit gibt, weil der Benutzer bekommt jetzt den effizientesten Weg berechnet und der bekommt aber parallel dazu den kürzesten Weg berechnet. Das heißt, der Benutzer bekommt später eine Ausgabe auf dem Display, wir haben den effizientesten Weg, der hat die Länge von so und so viel Kilometer, verbraucht so und so viel Amperestunden und die Sache ist dann quasi, dass er noch einen Relevanzfaktor hat. Der Relevanzfaktor, der setzt sich so zusammen, wenn Sie sich erinnern, dass Sie sich in den schwarzen Block oben die Straßen markieren, also die Straßen, wo es keine Steigung gibt, markiert. Das bedeutet, wir nehmen jetzt quasi einfach die Straßen, wo es überall keine Steigung gibt, durch die Straßen, die wir überhaupt benutzt haben und können dann später eine Ausgabe sagen, zum Beispiel, der Weg ist so und so viel Prozent relevant. Das bedeutet, wenn der Benutzer sieht, ja, der Weg ist nur 20 Prozent relevant, dass er vielleicht dann doch den kürzesten Weg wählen sollte und sich nicht unbedingt auf den Februar verlassen kann, weil wir können keine Aussagen darüber treffen, wenn wir nicht diese Steigung haben. Ja, und wir hoffen, dass wir jetzt quasi durch dieses Projekt den Trecker auch einen Grund mehr dafür geben, dass die Steigung eingetragen wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass quasi, wenn die Benutzer, also wenn die Trecker keinen Grund haben, haben die auch zufort weniger Motivation, das einzutragen. Ja, kurz zum Ausblick, also Ausbau, also wir haben vor, den Ausbau zur Ergänznis von effizienter Energienutzung zu haben, dann wollen wir halt mit dieser ganzen Software auch die Akku-Prognose sicherstellen, das heißt, besonders für Rollstühle, dass wir sicher zum Ziel kommen und was auch besonders für Behinderte wichtig ist, wenn da die Ladestationen meistens an einem bestimmten Ziel verknüpft haben, dass die dann auch wieder von diesem Ziel zurück nach Hause kommen, quasi, oder zurück zu ihrer Ladefunktion. Und das Dritte ist auch eine interessante Erweiterung, da wollten wir eine Tracking-Erweiterung für ENAV machen. Das bedeutet, dass wir eine Möglichkeit geben, dass die Leute, die ENAV benutzen, dass die quasi irgendwie alle Höhendaten über GPS sendend hochladen können, dass diese Daten irgendwo zwischen ausgewertet werden, weil ich sag mal, es kann auch vorkommen, dass die Daten fehlerhaft sind und dass wir einfach von einer großen Masse von Daten dann einen Durchschnittswert über stochastische und mathematische Berechnungen bilden, wo wir hoffen, dass wir uns der Realität dann ziemlich ernähren. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können gerne auf der Website über das Projekt noch genauere Dateien, also Informationen bekommen, aber die können einfach mich persönlich auch anschreiben. Ich stehe Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und ich hoffe auch da zurzeit nicht viele Leute mit mir an dem Projekt arbeiten. Ich hoffe auch, dass vielleicht sich der eine oder andere in den verschiedenen Bereichen halt noch mit mir zusammentut, weil ich habe im Moment nur die Steigung in Betracht gezogen. Natürlich spielen auch andere Faktoren Faktoren für die Energie wie Reibung oder wenn da später Fahrzeuge kommen, wird dann natürlich dann Autofahrzeuge kommen, wird dann natürlich die Rolle wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Gegenwind und viele solcher Faktoren kann man da einbauen und es würde mich freuen, wenn sich Leute melden würden, die Interesse hätten, daran zu arbeiten. Ja, dann vielen Dank, wenn Sie Fragen haben. Vielen Dank, wir haben fünf Minuten Zeit für Fragen zu diesem Vortrag. Ja. Hallo. Nur so ein kurzer Gedanke, also mit so einer Formel, den Energieverbrauch irgendwie zu prognostizieren, erscheint mir irgendwie halt ungenau. Wäre es auch eine Möglichkeit, dass man reale Energieverbrauchsdaten von der ENAV-Anwendung sammelt? Also es sind nicht nur die Höhendaten, sondern dass, wenn man jetzt einen Weg eben fährt und dann weiß, wie viel Energie man tatsächlich verbraucht hat, dass man das irgendwie kurz mal eintippt und dann hat man für diese Strecke einen realen Erfahrungswert. das war ganz am Anfang meine Überlegung gewesen, aber das Problem, also das Problem, was ich dabei gesehen habe, das wäre jetzt auf die einzelnen Fahrzeuge bezüglich auch den einzelnen Fahrstil der Leute dann zu viele Daten. Natürlich haben wir, wenn wir zum Beispiel in den Algorithmus uns angucken, wir haben darauf Wert gelegt, zum Beispiel, dass dieser gelbe Kasten extrem wartbar ist. Das bedeutet, wenn wir später, zurzeit arbeitet eine Kommunikation von mir auch wirklich nur an diesem Energiemodell, das bedeutet, wenn wir später dann eine bessere Verbrauchenergie, Verbrauchfunktion haben, oder Sonstiges, da kann man beliebig erweitern und beliebig dazufügen, ohne das Komplettkonzept zu ändern zu müssen, dann ist das vielleicht eine Arbeit von 10 Minuten in das System das zu integrieren und dann ist die Sache dann auch fertig. Haben Sie auch schon daran gedacht, also hier sitze ich, die freien Höhendaten von der NASA, sprich die SRTM-Daten mit OpenStreetMap zu verknüpfen, weil das kann man durchaus machen, das haben wir schon gemacht von unserer Firma. Und das ist eine gute Ausgangsbasis für Höhendaten auf jeden Fall, das kann man dann sicher noch vergenauern mit jeder User trackt eine aktuelle Höhe, aber das ist eine gute Ausgangsbasis für diese ganzen Gebiete, wo es gar keine Höhendaten gibt in OpenStreetMap. Entschuldigen Sie, können Sie die Frage nochmal wiederholen, ich habe das akustisch nicht verstanden. Ob Sie SRTM-Daten schon verwendet haben oder ob Sie daran gedacht haben, das sind die freien Höhendaten von der NASA. Das wäre natürlich möglich, nur dann ist dann die Frage über die Genauigkeit der Daten. Ich kann da vielleicht auch kurz was zu sagen, wir haben darüber schon mal nachgedacht, prinzipiell ist das möglich, dass man OpenStreetMap mit SRTM-Daten verbindet. Trotzdem ist es aber so, dass die SRTM-Daten gerade im innerstädtischen Bereich für ein Rollstuhl-Routing nicht unbedingt die Qualität besitzt, die man dafür bräuchte, weil bei einem Rollstuhlfahrer macht das schon einen sehr großen Unterschied, ob jetzt auf 10 Meter ich einen Höhenunterschied von einem halben Meter habe oder nicht und diese Genauigkeit habe ich in den SRTM-Daten nicht. Für Fahrradfahrer zum Beispiel eignet sich, das würde sich sehr gut eignen, das mit SRTM umzusetzen, aber im Bereich von einem Rollstuhl-Routing stelle ich es mir schwierig vor. Also machbar ist es auf jeden Fall. Also es wurde jetzt gerade gesagt, dass die GPS-Tracks auch sehr schlecht sind. Das ist natürlich richtig, aber bei OpenStreetMap ist es ja so, dass nicht die Höheninformationen aus den GPS-Tracks abgeleitet werden, sondern im Idealfall mit anderen Hilfsmitteln ermittelt werden, wie zum Beispiel mit einer Wasserwaage oder solchen Geschichten. Da gibt es ja Möglichkeiten, dann das Gefälle zu messen und dann entsprechend einzutragen. Aber ansonsten ist es richtig, dass das GPS aus dem GPS-Track dann auch zu ungenau ist. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es schon eine visuelle Darstellung von OpenStreetMap für die Bereiche, dass die markiert sind, wo Steigungen schon eingetragen sind? Also ich habe zum Beispiel eine visuelle Karte für blinden Features gemacht, damit die sehenden Mapper kontrollieren können, ob sie die Sachen richtig eingetragen haben. Wenn wir jetzt auf irgendeiner Webseite eine Karte hätten, wo man gucken kann, wo alle Steigungen eingetragen sind, dass man das leicht kontrollieren kann, ob irgendwas vollständig ist. Das würde helfen. Gibt es das schon? Also zur Zeit ist es mir nicht bekannt, dass es sowas gibt. Also nach meinen Ressourcen sind quasi die Heidelberg und Born ziemlich gut ausfällig eingetragen. Es gibt schon, also ich habe so ein bisschen stichprobenmäßig geguckt, es gibt schon ein paar Städte, wo das auch eingetragen ist, aber das sind ziemlich, also ist ziemlich dünn quasi und wenig. Und es gibt zur Zeit noch keine Software, die quasi sagt, also ist mir nicht bekannt, die uns sagt, über welche Daten, über welche Städte viele Steigungsdaten gibt und über welche nicht. Ja, also nochmal danke, Zinan. Wir brauchen jetzt eine Minute zum Umbauen und hören dann einen Vortrag von Holger Dieterich über das Wheelmap-Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank.